Niederösterreich bietet eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten. Viele davon kann man in Throne-Mörwalds-Markthalle in Feuersbrunn am Wagram erwerben. Das ist ja ein super Morgau. Bist und alles. Schaut ja gut aus. In Fels am Wagram besitzt die Familie Leed mit ihrem Sortenweingarten ein ganz besonderes Genussarchiv. Die Weine werden immer schwerer, immer kräftiger. Dann hätten wir unter Umständen hier etwas, das für die Zukunft uns eine Chance bietet. Im Treisental nahe der Wachau ist Zeit für die Marillenernte. Wir stellen ja die Betriebe, von denen wir die Produkte beziehen, auch vor auf unserer Website. Und das ist für die Gäste super spannend, da die Hintergründe zu kennen. Und Martin Prader in Mank ist einer der Bauern, die mit Kalbfleisch Rosé dafür sorgen, dass wieder mehr Qualitätsfleisch am Teller landet. Es hat auch mehr Geschmack. Es hat auch mehr Geschmack.